Lernen im Netz bedeutet Lernen in einer digitalen Welt. Das gedruckte Lehrbuch, die Bücher einer Bibliothek, der Lehrendenvortrag im Lehrsaal und die während einer Lehrveranstaltung angefertigte Mitschrift finden ihre Ergänzung in neuen Lernmedien, wie beispielsweise Podcasts, mobil verfügbaren Materialsammlungen, Stichwort Content-Curation oder E-Books. Die Lernenden können nicht nur auf traditionelle Lernmedien zurückgreifen, sondern neue Lernwege beschreiten. Ein Podcast ist eine über das Internet angebotene und abonnierbare Mediendatei. Es kann sich dabei um Audio- oder Videodateien handeln. Das Wort Podcast setzt sich aus den beiden Worten iPod und Broadcast zusammen. Ein Podcast ist eine Serie von Medienbeiträgen, also einzelner Episoden, die im Internet meist kostenlos bereitgestellt werden und über einen Feed, zum Beispiel einen RSS-Feed, abonniert werden können. Diese einzelnen Episoden erscheinen meist in einem bestimmten Rhythmus und können über einen längeren Zeitraum hinweg bezogen, also heruntergeladen werden. Werden Videobeiträge zur Verfügung gestellt, spricht man auch von Vodcasts oder Videopodcasts. An der Universität Graz gibt es beispielsweise die Möglichkeit, einzelne Lehrveranstaltungen als Podcasts zu beziehen. Die einzelnen Lehrveranstaltungseinheiten werden aufgezeichnet und für die Verbreitung über das Netz optimiert. Sie können auch nachbearbeitet werden, beispielsweise durch die Bearbeitung der Tonspur, das Ausschneiden einzelner Passagen oder auch das Einfügen eines Vorspanns und oder eines Abspanns. Beim Anfertigen von Podcasts, die über das Internet bereitgestellt werden, muss besonders darauf geachtet werden, keine Urheberrechtsverletzungen zu begehen. Das betrifft nicht nur die Inhalte, sondern auch gezeigte Bilder und Videos oder die eingespielte Hintergrundmusik. Dazu jedoch mehr in der Episode zum Thema Urheberrecht. Podcasts, ob in Form von Videos oder von Screencasts beispielsweise, eignen sich besonders gut für das Abbilden von Handlungsabläufen oder komplexen Zusammenhängen. Es gibt beispielsweise zahlreiche Podcasts zum Erlernen von Musikinstrumenten oder zum Kochen, um auch universitätsfremde Bereiche zu nennen. Aber auch Fremdsprachen lassen sich mit Hilfe von Podcasts und in diesem Fall auch Audio-Podcasts leichter lernen bzw. im Sinne des Lifelong Learnings trainieren und auffrischen. Außerdem können Präsentationen als Podcasts verbreitet werden. Ein Screencast wird mit einer Tonspur hinterlegt und den Abonnentinnen und Abonnenten zur Verfügung gestellt. So auch die Episode, die Sie sich gerade ansehen bzw. anhören. Wenn Sie mehr zum Thema Podcasts erfahren wollen, können Sie sich auch den Podcast-Podcast ansehen, den Michael Raunig und Roland Radlinge erstellt haben und der am Podcast-Portal der Universität Graz abrufbar ist. E-Books sind elektronische Bücher, die mit Hilfe von E-Book-Readern gelesen werden können. Den meisten sind wahrscheinlich iBooks, Google Books oder E-Books, wie sie auf Amazon vertrieben werden, bekannt. Werden E-Books im Lehr- und Lernkontext eingesetzt, so müssen sie jedoch mehr sein als bloße Digitalisate der gedruckten Bücher. Wenn man von digitalen Lehrbüchern spricht, so lassen sich zunächst vier verschiedene Typen unterscheiden. Das einfache PDF-Dokument, das Flipbook, das multimediale Lehrbuch und schließlich das interaktive Lehrbuch. Allgemein sind Grundfunktionalitäten wie beispielsweise das Blättern oder das Annavigieren einzelner Seiten bzw. eine Form der Personalisierung. So lassen sich bereits in PDF-Dokumenten davorhebungen vornehmen oder Kommentare einfügen, wodurch der Lehrprozess unterstützt wird. Das Flipbook bietet die Möglichkeit, die einzelnen Seiten zu flippen, also wie in einem Buch weiter zu blättern, anstatt zu scrollen. Meist können hier auch Lesezeichen hinzugefügt werden, um einzelne Kapitel oder Abschnitte herauszuheben. Fortgeschrittene digitale Lehr- und Schulbücher können auch multimediale und interaktive Elemente enthalten. Darunter versteht man beispielsweise Video- oder Audio-Elemente oder 3D-Animationen. In Hinblick auf Interaktivität bieten einzelne E-Books die Möglichkeit, zum einen mit der Lehrperson oder den Studienkolleginnen und Studienkollegen in Kontakt zu treten, sich auszutauschen und Kommentare und Anmerkungen zu teilen oder zum anderen interaktive und autokorrektive Übungen zu absolvieren, die gleichzeitig eine Lernfortschrittskontrolle bieten. Ein multimediales Handbuch für die Lernplattform Moodle kann man auf der Homepage der Akademie für neue Medien und Wissenstransfer herunterladen. Hier wurden die Handlungsanleitungen zum Umgang mit Moodle als Video-Anleitungen integriert. Content-Coration meint das Sammeln, Organisieren und Verwalten von Inhalten. In einer digitalen Welt, in der im Sinne des Konnektivismus überall gelernt werden kann und in der das Lernen nicht mehr auf die Bibliothek, den Lehrsaal oder den eigenen Arbeitsraum beschränkt ist, ist es wichtig, seine Lernressourcen zu verwalten. Mobile Endgeräte wie das Smartphone oder das Tablet machen das Lernen orts- und zeitunabhängig möglich. Ob im Schwimmbad, im Zug oder auf der Couch, Informationsrecherche und folglich auch das Knüpfen neuer Knoten im Lernnetzwerk ist lediglich an eine Internetverbindung gebunden. Die gefundenen Ressourcen müssen jedoch verwaltet und sortiert werden. Sie müssen organisiert werden, um sie später auch wiederzufinden. Hierfür gibt es im Netz zahlreiche Tools, die das Sammeln und Verwalten erlauben. Hier sind beispielsweise Tools wie Learnis, Scoopit oder Pinterest zu nennen, die wie Online-Pinwände das Anpinnen von Content, also von Inhalten, seien es je nach Tool Links, Dokumente oder Bilder, ermöglichen. Hier können einzelne Boards eingerichtet werden, die dann mit dem Content befüllt werden. Meistens wird ein Link oder Dokument anhand eines Bildes angepint. Diese einzelnen Elemente, ob sie nun Pins, Scoops oder Learnings heißen, können auch mit Schlagworten versehen werden, was ein nachträgliches Suchen innerhalb eines Boards erleichtert. Außerdem wird die Interaktion mit der Community und somit das Ausnutzen der sogenannten Schwarmintelligenz durch Kommentarfunktionen bzw. die Möglichkeit, Inhalte auch in sozialen Netzwerken zu teilen, erlaubt. Sie können sich unsere Boards bei den unterschiedlichen Anbietern ansehen, wenn sie nach Beispielen suchen. Learnis ist stärker hochschulisch und schulisch geprägt, vor allem im US-amerikanischen Raum. Scoopit wird von der Wissenschafts-Community genutzt. Pinterest ist aufgrund der thematischen Orientierung, beispielsweise auf Reisen, Essen, Feiertage, eher in der Freizeit anzusiedeln. Neben diesen Tools zur Content-Curation gibt es auch zahlreiche Tools, die das Self-Management erleichtern und Möglichkeiten anbieten, sich selbst zu organisieren bzw. wissenschaftliche Arbeiten effizient zu schreiben, wie dies beispielsweise Digo, Evernote oder Zotero tun. Aber dazu mehr in der Episode, die sich mit dem Thema Personal Learning Environment beschäftigt. Nun zur Übungsaufgabe zur Episode Neue Lernmedien. Das Lernen im Netz bietet somit unterschiedliche Lernmedien, die auf unterschiedlichen Endgeräten genutzt werden können. Content-Curation lässt sich genauso am Smartphone oder am Tablet vernehmen, wie das Abhören eines Podcasts oder das Lesen eines E-Books, wenngleich sich nicht alle Endgeräte für alle Lernsettings eignen. Welche Lernmedien eignen sich Ihrer Meinung nach für welche Endgeräte? Welche Eigenschaften muss ein E-Book oder ein Podcast haben, um den unterschiedlichen Lerntheorien zu entsprechen? Welchen Lerntheorien entsprechen diese beiden Lernmedien am ehesten? Und auch hier finden Sie wieder einen Überblick über weiterführende Literatur zur Thematik der neuen Lernmedien. Wir reden Willen evident bestellen und sowēr wirklich die fists und glaube Hope REMN Wir reden über den richtigen Präsidenten. Wir reden über das sub& fino Theater macht den Sorgt-Land. Untertitelung des ZDF, 2020